Hallo, ich bin Lucy, dein Lernavatar. Heute erkläre ich dir, was ein Subjekt ist. Viel Vergnügen. Das Subjekt ist der Hauptdarsteller eines jeden Satzes. Es ist das Wer oder Was, das die Handlung ausführt oder in einem Zustand ist. Ohne das Subjekt wüssten wir nicht, wer oder was etwas tut oder in welchem Zustand sich jemand oder etwas befindet. Punkte Stell dir einen Film vor. Jede Szene hat eine Hauptfigur, die etwas tut. In der Grammatik ist das Subjekt genau diese Figur. Es gibt den Ton an und sagt uns, wer im Mittelpunkt der Handlung steht. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Der Hund bellt laut. Wer bellt? Der Hund. Das Subjekt ist hier der Hund, weil er die Aktion, das Bellen, ausführt. Anna liest ein Buch. Wer liest? Anna. Sie ist das Subjekt, weil sie diejenige ist, die handelt, nämlich liest. Das Subjekt kann eine Person, ein Tier, ein Gegenstand oder sogar eine Idee sein. Es muss nicht immer ein Mensch sein. Schau dir dieses Beispiel an. Der Wind weht stark. Wer weht? Der Wind. Auch der Wind kann das Subjekt sein, obwohl er keine Person. Ist ein weiteres wichtiges Beispiel. Das Auto steht vor dem Haus. Hier tut das Auto zwar nichts Aufregendes, aber es ist in einem Zustand. Es steht vor dem Haus. Trotzdem ist das Auto das Subjekt, weil es der Hauptdarsteller der Aussage ist. Manchmal ist das Subjekt nicht so offensichtlich, zum Beispiel in Fragen, wer hat das gesagt? Hier ist das Subjekt. Verborgen, aber die Antwort darauf zeigt es dir. Peter hat das gesagt. Peter ist das Subjekt, weil er die Handlung ausgeführt hat. Das Subjekt gibt also immer die Richtung an, um wen oder was es in einem Satz geht. Es ist der Kern des Satzes, die Figur, um die sich alles dreht. Ohne das Subjekt hätte der Satz keinen Helden, keine Hauptfigur und keine Handlung. Punkt. Bis bald, deine Lucy. Kann ein paar Sie sich gucken? Bucketchen! Musik